Sieht auch deine Badewanne im Badezimmer so aus? Wusstest du, dass du innerhalb von 1-2 Stunden deine Badewanne strahlend weiß machen kannst, ohne viel Lärm, Schmutz und viel Geld wie bei einer Renovierung? Mein Name ist Hans Kleinschaft. Ich und mein Team haben nach langer Arbeit eine neue Lösung entwickelt, die dir Lärm, Schmutz, Zeit und viel teures Geld verankommt. Badewannenlack. Mit dem Badewannenlack von Hamburger Lack Profi kannst du deine altmodisch und abgenutzte Badewanne ganz einfach mit 1-2 Anstrichen in einen modernen Hingucker verwandeln. Ganz einfach, günstig und schnell, innerhalb von maximal 1-2 Stunden. Du musst nicht alles ersetzen. Ein einfacher Anstieg reicht, um eine Badewanne wie neu aussehen zu lassen. Bei der Entwicklung von unserem Badewannenlack haben wir besonders darauf geachtet, dass die Farbe extrem hochdeckend ist, man den Untergurt nicht abschleifen muss und keine Grundierung verwendet werden muss. Zudem ist die schnell trocknen und im Gegensatz zu anderen Badewannenlacken so robust, dass sie ohne weiteres bis zu 10 Jahre hält. Und nicht nur das, sondern mit unserem Badewannenlack haben wir schon über 20.000 Menschen dabei geholfen, ihr Zuhause günstig in eine richtige Wohlfühl-Oase zu verwandeln. Guck dir all diese Bewertungen an, wir bekommen mehr positive Bewertungen, als wir sie überhaupt posten können. Also, worauf wartest du? Endlich wieder wohlfühlen, um den eigenen zu wenden, ohne viel Aufwand und große Kosten. Sage alten und hässlichen Badewannen den Kampf an und bestell noch heute auf farbenlöwe.de.